Zu Diensten. Ja, mir eine Biene hier. An die Arbeit. An die Arbeit. Zu Diensten. Gebäude wurde errichtet. An die Arbeit. Dorthin. Ein guter Holzfäller, damit wir schnell wieder an Holz kommen, weil jetzt haben wir wieder Holzmangel. Wird sofort erledigt. Lidia-Sammler. Auf der Stelle. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Ich dachte, da wäre ein roter Flatscher, der auf mich zumarschiert. Aber das sind nur die, die immer hier rumstehen. Wobei es mir gerade nach ein paar wenigen vorkommt. Schon dabei. Rechnen wir mal einen Hundezwinger und Feenhaus. Damit wir Billigtruppen haben. Wird sofort erledigt. Ja, und dann können wir die große Nahrungsproduktion beginnen. Brauche ich noch irgendwas? Das große Haupthaus bräuchte ich vor den Menschen noch. Das stimmt. Schon auf dem Weg. Herr der Ruhne? So, das heißt jetzt den... Das menschliche Nahrungslager errichten. Errichten wir es ruhig hier oben. Wir brauchen das Mondsilber nicht. Was ist euer Begehr? Dann los! Also ja, äh, mittleres Haupthaus, äh, großes Haupthaus errichten wir noch. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. So, jetzt haben wir wenigstens... Das ist nicht weit! Sofort! ...ein paar Einheiten, die wir nutzen können. So, eine Schule der Alten. Hier geht mal helfen, das aufzubauen. Jetzt können wir endlich Paladine erst abwählen. Neue Fähigkeit verfügbar. Und dann auch ausbilden. Puh. Puh. Wir können den Eisschlag lernen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ich muss halt auch gucken, dass ich das Lehn hier da oben besetze. Ich muss halt auch machen. Schule der Alten und Eisenlager hier unten noch irgendwie hinkriegen So, gleich nochmal 5 Paladine Gebäude wurde errichtet Da sollten wir schon mal auf der siegigeren Seite sein Kein Problem Das Bauwerk ist vollendet Und ja, wir können auch gleich schon mal die Bevölkerung steigern So, jetzt fehlt Ach ja, die beiden Gebäude fehlen ja auch noch Aber erst erstmal ein Eisenlager hier noch errichten So sei es Herr der Ruhne? Ja, das heißt Ja, das heißt Ihr errichtet mir erstmal ein Sternkloster Auch hier bei dem Zwinger Gut, das blockiert ein bisschen den Eingang Aber ist ja nicht so schlimm Und ich glaube den alten Mann Den schicke ich wieder hoch zu seiner Hütte Weil wenn er uns nicht Erwartet euer Kommando Weit begleitet Bringt er uns ja auch nicht viel Gebiet sichern Gebäude wurde errichtet So, jetzt brauchen wir Getreidefarm Zwei Stück Zeitwachs Warte So, du bleibst lieber in deiner Hütte Viel Nutzen tust du uns ja nichts Wenn du uns nicht weit begleitest Und die Mumien Kriegen wir auch einigermaßen So down Gebäude wurde errichtet So Unsere eigentliche Infrastruktur steht schon mal Neue Fähigkeit Gebäude wurde errichtet Wie gesagt, die und An den beiden habe ich irgendwie überhaupt keinen Nutzen gefunden Muss ich sagen An Mentalisten An Mentalisten jedenfalls nicht An Hypnotisten Vielleicht eher So Holen wir uns nochmal 5 Paladin Ich will jetzt mindestens 20 Paladin erstmal haben Da will ich noch Windschützen und Druidinnen Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit Da ist ja auch nochmal den hier Gut zu wissen Das Bauwerk ist vollendet Ja, jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich Ich werde wahrscheinlich von jedem einen nehmen Da ist es Ausgewogen Wie ihr wünscht Also hier oben haben sie eine Richtig große Base Okay Hier oben Hier oben so jetzt können wir bald das letzte Bevölkerungslimit Upgrade geben. Wir brauchen hier dann noch Bärensammler und da sind wir eigentlich, was mir die Gebäude angeht, fertig. Und ich finde das echt gerade ziemlich crazy, dass es so ruhig ist. Jawohl! Bereit für den Kampf! Augen offen halten! Die Bären sind schnapp geerntet, deswegen kommt da gerade nichts. Das Bauwerk ist vollendet! Sofort! So, noch ein Bärensammler hierhin. Wie ihr wünscht! Und ja, ganz vereinzeltes Wild würde es geben, aber das rentiert sich nicht. Ich habe wirklich bessere Methoden. Warten wir jetzt noch, bis der Bärensammler fertig ist. Das Bauwerk ist vollendet! Und vielleicht kriegen wir noch die 20 Nahrung zusammen. Die Windschützen hätte ich schon längst ausbilden können übrigens. Also ja, ich habe mich hier richtig schön breit gemacht. Holzindustrie sollte laufen. Gut, das ist auch fertig. Das heißt, wir können das machen und nochmal fünf Windschützinnen in Auftrag geben. So, aber jetzt ist es dann an der Zeit, dass wir mal speichern wieder. Und dass es einen Cut gibt. Also, bis gleich!